Ein neuer Tag in Irland. Wir sind jetzt auf dem Weg von Ashford im County Wicklow. Rüber auf die andere Seite von Irland in der Nähe von Burntree. Das ist so ein kleiner Ort, von Curalf heißt das. Wir haben jetzt ungefähr 4,5 Stunden Fahrt vor uns. Ich hoffe allerdings, dass wir das ein bisschen schneller schaffen. Musik Wir sind nach etwas über 4 Stunden Fahrt und auch nachdem ich mich etwas verfahren habe, endlich am Hotel angekommen. Ja, es war gar nicht so einfach zu finden, da es in Irland ja keine richtigen Adressen gibt. Aber wir haben es ja noch gefunden und jetzt haben wir uns spontan noch dazu entschieden, eine kleine Bootstour zu machen zu den Seehunden. Da bin ich schon super gespannt drauf, wie das wird. So, Kies fährt gleich mit diesem blauen Boot hier vorne und ich nehme das große da hinten. Blau! Doch! Nein! Ja, blau oder grün, kannst du dich aussuchen hier vorne? Große! Das große willst du? Ja! Ja! Sch turtle vor Ort ist es Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gucken jetzt mal, wo man lecker Pizza essen kann. Wir haben nämlich jetzt richtig Hunger. Wir sind jetzt hier in unserer zweiten Unterkunft in Glencariff. Das ist in der Nähe von Bantry im Südwesten von Irland und ja, also quasi einmal auf der anderen Seite. Ich zeige euch gleich nochmal einmal ganz grob die Rohroute, dass ihr so ungefähr wisst, wo wir uns überhaupt die ganze Zeit befinden. Diesmal haben wir wieder ein Doppelbett. Kies hat sich schon eine Seite ausgesucht. Und ist das bequem? Ja. Ja? Deine Füße auf meinem Kissen? Sag mal! Eine ganz coole Aussicht. Da hinten sind nämlich ganz, ganz viele Schafe. Voll cool. Und mein Auto parkt auch da. So, das hier ist unsere geplante Route. Also, wir sind ja hier in Dublin gelandet. Dann sind wir gleich an dem ersten Abend noch hier runtergefahren nach Ashford. Dort haben wir jetzt die letzten zwei Nächte verbracht. Heute sind wir einmal quer hier runtergefahren. Jetzt sind wir hier unten für eine Nacht. Morgen geht es weiter nach Karasivin. Da bleiben wir zwei Nächte. Dann geht es weiter hier hoch. Eine Nacht. Da zwei Nächte. Da nochmal zwei Nächte. Dann fahren wir nach hier oben, nach Donegal für drei Nächte. Und ja, dann fahren wir für die letzte Nacht hier hin. Und ja, hier ist ja dann wieder der Flughafen. Und dann geht es auch leider schon wieder nach Hause. Aber wir haben auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns. Und ja, sehr, sehr viel, was wir noch erleben werden und sehen werden. Und da freue ich mich schon mega drauf. Das war's vom heutigen Video. Wir sehen uns hier morgen wieder. Ciao! Was machst du? Hast du gerade deine Füße geküsst? Hast du gerade die Füße geküsst? verkau�st du? Hast du kein Wasser.